Das ist echt chillig, wenn man sich jedes Mal entscheiden kann, wie man vorgeht. Hey, wassup? Hey, Mann, es ist mich, Michael. Was ist passiert? Das war ganz schön Glück. Für die Präparation muss ich das machen. Sitze kurz für einen Moment. Mein Freund Lester wird in Kontakt mit den Details. Gut geklärt, dann fahren wir uns zur nächsten. Ist ein Fragezeichen da? Oder auch nicht. Ja, der Typ ist tot. Was? Was? Ich hab das jetzt nicht gelesen. Was stand da? Ich hab das oben nicht gelesen. Dammit. Ich hab das jetzt nicht gelesen, was da stand. Ach, ganz unten steht's. Okay. Sammler Ausrüstung für einen Raubüberfall, indem du vorbereitet und abschließt. Sobald bla 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 abgeschossen sind, wird der Raub selbst freigeschalten. Okay. Das ist doch echt geil. Ja, ist das das Nächste, was wir machen? Wir fahren jetzt zu den Fragezeichen. Und dann klauen wir uns die Fahrzeuge nach und nach. Dann Stück für Stück gehen wir das systematisch ab. Dass wir alles zusammen bekommen. Dass wir dann schön Überfall kriegen. Das ist doch ein... Das ist doch Hammer. Geil. Also irgendwie macht mir das Spiel immer mehr Spaß. Das ist echt Hammer, Mann. Hammer. Ja, das ist Hammer. Nein, Spaß. Ähm. Ist schon geil. Dass wir das machen dürfen. Können. Menschen, wie haben, Hobbys. Ich will das ausgeräumchen, aber ich bin kein ausgeräumchen Person. Ich wirklich... Da fahre ich zu dem Fragezeichen jetzt und dann... Ich glaube, ich weiß eh schon, was das ist. Das... Ja, genau, genau, genau. Das hat mein Bruder vorhin gemacht gehabt. Oder heute. Ich weiß. Ja, ja, da geht's ums Joggen. Da muss ich joggen. Gegen eine... Gegen die da. Ja. Hm... Du siehst ein bisschen erschrocken. Ich könnte dich immer wieder in die F***er. Okay, hey. Ich habe in Highschool-Football gespielt, mein Lieber. Allstate, QB. Alles klar. Ich habe keine Koronärin. Los geht's! Okay, Mann, Boogs, rass dich auf die Straße! Ich weiß nicht, wovon ich bin zufrieden. Ich bin nicht am Cheaten, ich weiß bloß, wo's lang geht. Ich kann nicht glauben, dass du bereits schreitst! Bleib auf der Straße! Oh, schau, wer das ist! Der Mann, der kann nicht auf der Straße! Ich krieg's mir nicht. Ich habe einen Triathlon gewonnen. Geh auf die Straße! Geh auf die Straße! Ja, ich könnte mir gedacht, dass du einer von denen bist. Oh, Mann, Mann! Ich habe einen Triathlon gewonnen. Läuft er noch. Geh weg da! Jetzt hat er mich einfach geholt! Ich bin nicht zufrieden! Ich bin nicht zufrieden! Ich bin nicht zufrieden! Ich bin nicht zufrieden. Ich bin nicht zufrieden! Ich bin nicht zufrieden! Ich kann nicht sagen, ob du das liebst oder es liebst! Ich bin nicht zufrieden! Ich bin nicht zufrieden! Oh ja, oh ja, ich hab mein Auto gefunden. Ha, ich hab gewonnen! Nicht zu schabbi, hm? Total null und void. Ich hätte dich annihiliert, wenn du diesen Schottkotten genommen hast. Ja, was auch immer du durchfälligst. Oh, mein Kast. F*** mich! Scheiße, du! Du bist glücklich, dass ich für einen Versuch habe! Oh ja, das habe ich gehört. Du warst hinter ein paar Arzt-Teams. Chillig! Der hat ja sogar... Der hat ja sogar... Cool. So, dann... Überfallvorbereitung. Let's go! So fährt mein Auto. So fährt mein Auto. Okay, machen wir das als erstes. Wir fangen das Gas ab. Obwohl, ne, das ist mir zu weit weg. Ich dachte, das ist hier gleich um die Ecke. Hm, machen wir gleich. Wir holen uns das Gas ab. Dann... Aber alles nach der... Nach seiner Zeit. Wir fahren jetzt erstmal... Uns den Transporter besorgen. Hey! Wo wollt ihr denn hin? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, Entschuldigung. Ah, das ist total Bullshit! Es ist total Bullshit. Oh, oh, oh! Oh, das... Manche machen Platz, manche machen nicht Platz. Das ist echt eine Pest. Get away! Mal gucken, was wir machen, ob wir den Transporter klauen oder ob wir uns den einfach bloß in die Luft sprengen, um dann um das Gas zu kommen. Mal schauen, wie wir es machen. Danke. 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 Nichtre, mege, Träger, rote, rohste, bitte 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 bitte! Die Handformale für planten. Bitte bitte bitte. Danke. Die Blöcke für die Blöcke, die Befestigung. Die Blöcke, die Befestigung. So, dann haben wir uns schon mal den Transporter geklaut. Mit dem wir unsere Mission vorhaben. Praktisch! Am besten versuche ich eine Heile zu lassen, weil dann fällt er auch nicht auf. Dann sieht er aus wie jeder andere. Dann fahren wir den jetzt zum Versteck, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann holen wir uns das Giftgas. Dann können wir das Ding Stück für Stück systematisch stellen. Das ist so geil. Dass wir uns das dann alles zusammenarbeiten müssen, alles. Und keiner schöpft Verdacht, dass es so unauffällig ist. Du klausel da warst, du klausel da warst. Gut, mit dem Transporter jetzt, das fällt natürlich auf. Aber jetzt kann keiner nachweisen, wer es war. Und dann kommt alles zusammen auf einmal. Dann lass uns die Vorbereitungen treffen. Dann lass uns die Vorbereitungen treffen. Ja, haben wir erledigt. Jetzt brauche ich noch ein Fahrzeug. Dann holen wir uns den Transporter her. Obwohl soll ich das Dach um... Ja, ich lasse das Dach mal zu, weil sonst bin ich so auffällig. Lass mal das zu und dann falle ich nämlich nicht auf. Kann ich zwar nicht raus aus dem Wagen, aber... Was Van den Patrol des Haupt. Was viewing das Dach? Was ist das Dach... Başbardig. W好像 kein Gefühl. Was ist das Dach? Was ist das Dach? Was war das Dach? Ach, der liegt ja hier. Ups. Die fährt sogar noch hier rum, aber nicht schlecht. Die fährt sogar noch hier rum, aber nicht schlecht. So, und dann hätten wir das nämlich auch. Das ist doch echt geil, da. Hammer, das Giftgas auch geholt. Und dann... Uh. Ey, ey, oh, oh, geil, oh, geil. Oh. Das... Wir sind auch so genial, ey. Wir planen das alles gegenüber von der Polizeistation. Das ist doch nicht schlecht. So, Giftgas ist da. Dann... Ah, scheiße. Falsch ist da. Komm ich auch noch durch? Ja. So. Hey, Lest. I got the good night guess. That's everything we need. I'll put out word that the score is ready to go. Yes. Nächster Teil fertig. Dann kann es losgehen. home... Vielen Dank.